Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Life is Strange. Haben wir was Neues? Nein, okay. Kann ich jetzt mit David reden? Ja. Nice. Was kann ich tun? Was meinst du mit... Ich kann dir nicht sagen. Zu früh. Ich weiß bereits viel zu viel. Wie das, dass du für Sean Prescott arbeiten kannst. Was? Wer hat dir das gesagt? Nathan Prescott? Das kleine Scheiße ist Glück, dass er nur geschehen ist. Ich glaube, Glück hat nichts zu tun mit ihm. Ich könnte... Ich habe nicht alle die Ebenen... So, wirst du mir sagen, warum ich arbeite für Sean Prescott? Ich habe Dokumenten, dass du für die Verhörterung und Sicherheit gemacht hast. Gott, verdammt. Du bist ein guter Detektiv. Aber ich habe nicht getetet. Ich habe Sean Prescott eine Neste. Für meine eigenen Reisens. Anyway, ich glaube, wir können beide agree, dass es ein... Ich versuche zu helfen, Kate. Du hast es geschafft, Max. Du hast ihr Leben geschehen, wie ein... Du hast es sogar auf den Ruf gebracht. Ich wusste, Kate war auch zu... Dieser Mann? Warum hast du... Diese sind... Well... Ich habe eine Familie... Co... Although... Chloe und... Na, Entschuldigung... Ah... Okay... Hätte ich vielleicht erst... Ich glaube, ich hätte erst das angucken sollen und dann mit ihm reden sollen, oder? Oh, Maps, Noten, Koordinaten, Fotos von Kate, Nathan... Oh, yes... Sie weiß etwas... Alter, Vater... I-esso werden ja noch auf. Na, zu come für Chloe, dann. Was? Hos Mos. Bist du bereit, jetzt? Oh, Chloe. siass zu zurück zum Yasrum. sind Sie? Ich bin sehr glücklich. Ich habe das Secret-File-Jackpot gespielt. Es sind Kate, Nathan, und Rachel. Plus, es gibt ein paar Location-Coordinaten. David ist, wie eine Ein-Mann-Surveillance-Armee. Jetzt kommen wir die Hölle aus hier, bevor wir getrennt. Aber ich muss absoluten sehen, Kate in der Krankenhäuser jetzt. Ich will wissen, wie sie ist. Was ist das? Das ist definitiv Kate's floor. Die Krankenhäuser immer freut mich. Ich verstehe. Aber imagine, wie Kate fühlt sich. Ich bin so glücklich, dass ich sie wiedersehen kann. Ich hoffe, es ist nicht zu weir für sie. Nein, sie wird so glücklich zu sehen. Wer würde es nicht? Das wäre es. Ich bin ein bisschen nervös. Gehe da und sein Freund. Ich werde hier warten, damit du dich selbst fühlst. Ich war total dick, wenn du eine Füße ansprachst, als du geantwortet Kate's call der Tag. Gut, dass du mich abholtst. Ich hatte keine Ahnung, was sie ging durch. Und du sie hat. Wie ich bin. Ich bin sorry. Danke, Chloe. Aber keine Ahnung. Wir sind alle zusammen. Team Max. Ich werde Kate wissen, wir werden Nathan auf den Ballen gehen. Oh, ja. Ich bin auf. Oh, sie ist glücklich. Sie ist zu sehen. Oh, sie ist glücklich. Sie ist zu sehen. Sie sind glücklich. 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 Ich war überrascht, wie viele Studenten von Blackwell mir geschrieben. Daniel. Herr Jefferson. Even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. Locker nicht. I'm glad you believe again Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Du schaffst alles, Kate. Du schaffst alles. Okay. Principal Wells knows how to step it up when he wants to. Oh, thank you. Ahem. Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern, dass die ganze Blackwell Academy für ihre Rückkehr betet. Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung in ihrem Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen. Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten, aber es ist wichtig, dass Sie wissen, wir denken an sie. Wenn Sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht zu fragen. Alles klar. Das ist so süß. Auch Victoria hat er gezeichnet. Aber nicht Nathan. Ich will sie schranken. Oh. Das sieht schön aus. Victoria Chase könnte die Königin sein, aber sie ist nicht weich. Kate. Ich weiß, du hasst mich aus gutem Grund, aber ich will dich nur wieder lächeln sehen. Sag mir, wenn du irgendwas brauchst. XO Vic. Okay. Aber nichts zum Zurückspulen. Aber mein Arm juckt. Sieht cool aus. Zeichnen kann sie. Ich glaube nicht, dass die Königin sehr gut ist. Ich glaube nicht, dass die Königin sehr gut ist. Hm. Wenn das mit Kate durch die Nacht wird, dann ist das so. Das sind schöne Worte. Und von Taylor? Wow, Props zu ihr. Sollen wir noch irgendwas, oder kann ich mit Kate reden? Oh! Foto. 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 Foikit Rü kuntier. Ä Foto. A die Vielen Dank. Und ich kann sagen, dass du willst mit mir über etwas zu sprechen. Ich sehe die Vertrag von Viktoria. Wie macht das dich dich? Max, ich weiß, dass Viktoria nicht so gut sein kann. Aber ich glaube, in Verabschiedung und Verabschiedung. Ich kann mich nicht nötig sein, aber ich fühle sie. Ich auch. Ich könnte eine Bildung von ihr verabschiedet werden, aber ich habe nicht. Und wir hatten eine genülle Moment. Wir alle haben unsere Momenten. Warum ist sie so gemein? Sie ist nicht sicher. Wenn du dich mit sich verabschiedet hast, dann musst du nicht sicher sein. Viktoria sieht nicht aus, dass sie viel zu sein ist. Wenn jemand Viktoria sieht, wäre es Kate Marsh. Nein. Ich denke, dass es mehr als das dauert, Max. Sorry, kurze Unterbrechung, Leute. Ich bin nicht sicher. Ich möchte dich mit dir sprechen. Wir haben uns eine T-Session verabschiedet. Das war so cool. Wir müssen uns eine T-Shop-Tour in Portland planen. Oh, ja. Und du kannst auch Warren mitbringen. Was du denkst? Was du denkst von Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so... We'll see. With everything that's going on, my date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, Matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. Hat sie recht. I want you to know, I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so... That might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? I think his family is totally protecting him. Or worse. I never say this about people. But Max, there's something evil about the Prescott's. They have something to do with death. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can get the number, and I'll text it to you, okay? Of course, Kate. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. And thanks for taking care of my bunny. Tell Alice I'll see her soon. Well, how is she? She's still Kate Marsh. Thank God. I'm glad we came to see her. Thanks for coming with me. Now let's go pay a visit to Nathan Prescott. That little prick is not going to be glad when he sees us. I'm glad you're not. I'm glad you're here. I'm glad you're here for my ohh. Ja. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. But I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous, because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignorant. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now, that's a great plan. I have to see you. 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 I have to see you in the Sherlock-Modus. And, of course, I found everything on our door. Of course, we all know that she's a Dr. Watson. Or? Elementar. Ehrlich gesagt, war ich trotz der bevorstehenden Katastrophe glücklich. Einfach nur, weil ich wieder mit meiner besten Freundin mit den schmetterlingsblauen Haaren zusammen war. Genau so sollte es sein. Aber zuerst musste ich Kate besuchen. Ich hatte noch nie jemanden im Krankenhaus besucht. Schon gar nicht jemanden nach einem Selbstmordversuch. Also war ich froh, dass Chloe mich begleitete. Der antiseptische Geruch und die endlosen weißen Hallen schüchtern mich immer ein. Oder erinnere mich an eine Sterblichkeit. Als ich Kate in ihrem Zimmer sah, umgeben von Kartenblumen und Luftballons, konnte ich nur an unsere letzte Begegnung denken. Auf dem Dach. Sie hatte so traurig und hilflos gewirkt. Aber jetzt schien sie lebhafter denn je. Ich wusste nicht, was ich zu jemandem in dieser Situation sagen sollte. Wie geht's dir, nachdem du fast gesprungen wärst? Aber Kates sanftes Gemüt machte es leicht. Ich war überglücklich, sie wieder zeichnen und Pläne schmieden zu sehen. Pläne, Nathan seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Eingeschlossen. Oder Rache. Alles klar. Das ist hier bei dem Pfahl. Uh. Gut, Leute. Aber das war's erstmal mit dieser Folge. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Na. Na.